Es ist ein sehr schöner Event, es ist eine interessante Begegnung mit vielen Leuten hier und es gefällt mir sehr gut. Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zum Event About Fleet. Es ist mir eine grosse Freude, Sie durch diesen Tag zu begleiten und ich möchte auch, dass Sie sich immer aufgehoben und informiert fühlen und heute Abend dann mit vielen Ideen und Anregungen nach Hause gehen und sagen, wow, das war ein toller Event, ich kann diese Informationen gut für mein Unternehmen nutzen. Der Event ist sehr gut aufgebaut, sehr spannend in einer neuen Atmosphäre hier, zum ersten Mal hier in der Umweltarena. Man trifft Kunden, man trifft Mitbewerber, ja eigentlich von allen Segmenten und das ist sehr interessant. Das ist alles sehr professionell und sehr gut organisiert. Also Herr Pelli, Cavallo Libero, wie muss man sich das vorstellen, wie ist das gekommen? Erst einmal möchte ich mich bedanken, hier sein zu dürfen, wir haben in Zusammenarbeit mit den Universitäten Giasso und Belizona Wege Pferdegerecht gebaut unter der Berücksichtigung aller wichtigen Normen. Der Event ist ja das erste Mal in Spreitenbach durchgeführt worden, vorne ist es an anderen Orten gewesen und ich finde es sehr interessant, auch mit dieser ganzen Location, mit dem Thema Umwelt, umweltfreundliche Fahrzeuge und andere Techniken, die unterstützen und es ist genial, es hat sehr viele Leute an, gute, interessante Referate und vor allem auch alle Autoimporteure. Was bringt das für Vorteile in so einem Stand an diesem Event? Wir treffen alle wichtigen Entscheidungsträger im Flottenbereich an einem Tag am gleichen Ort und das spart natürlich uns sehr viel Zeit und auch den Fleetmanager sich zu informieren und sich zu austauschen. Ist der Event dann mit der Zeit grösser geworden? Er ist viel grösser geworden von Anfang an bis jetzt, er ist komplett, sage ich, es sind alle wichtige Zulieferer da und auch von den alten Herstellern und Importeuren ist eine grosse Anzahl dabei. Also mir persönlich gefällt, dass man Leute, die man vielleicht bis dahin nur am Telefon kann, per Mail oder sonst irgendwie Kontakt, mal persönlich sieht, mal trifft und auch sich mal austauschen kann, persönlich, ja.